Ich will jetzt hier runter spritzen, denn die Frauen gehen einfach nicht nach, dass sie hier weg müssen, dass das privat ist. Jetzt spritzen sie die einfach ab? Ja. Haben sie die nicht vorwarnen? Nein. So eben gibt es für ein paar Prostituierte vor dem Hauseingang von der Martha Ranser im Kleibasel eine kalte Dusche. Als sie das Handwerk beherrscht, hört man dem Ton an. So, jetzt sehen Sie. So, das ist passiert. Die 86-jährige Altersiedlungsbewohnerin war ehemalige Badmeisterin und weiss mit dem Schlauch umzugehen. Darum gibt es gerade nochmal Nachschub. So, jetzt haben sie gerade vier. Wie viele haben sie erwischt? Vier. Die 86-jährige Altersiedlungsbewohnerin. J Birthdays.